Ich habe den Namen gewechselt vor fünf Minuten. Hannes gefilmt mir mit mir. Wieso? Hattest du was mit Hannes? Oh mein Gott. Aber nur einmal. Nur einmal. Ich weine gar nicht. Ich weine gar nicht. Ich habe mich nur verstellt. Siehst du, keine Tränen. Du hast mir was vorgespielt? Hast du Hannes was vorgespielt? Sehr ehrlich, ich bin jetzt August. Ja, ich habe Hannes was vorgespielt. Aber wenigstens ist Thomas weggekommen ohne Probleme. Ja, und Hannes eigentlich auch. Gut, dann sei jetzt nett zu August. Aber August, aber natürlich bin ich nett zu August. August, erzähl mir von deinem Vater. Ja, stocksteif. Ziemlich wortkarg. Sechs Meter unter der Erde. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, ich bin erblindet. Ich glaube, das Drama, mein Vater hat mir das Augenlicht genommen. Nein, 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 nein. Lass dich einen drauf. Nein. Für mich. Für mich. Wir machen. Ich sehe nichts mehr.